So, jetzt stehen wir am heiligsten überhaupt der Tagesschau und allen anderen Sendungen, am Stehpult. Warum können wir hier stehen und obwohl es alles on air geht bei 1 Extra, sind wir hier ganz allein? Weil wir zwei Studios haben. Dieses hier ist das Studio für die Sendung im ersten Programm. Wir haben hier den Platz für die Tagesthemen, das ist der Platz für die Tagesschau-Ausgaben und wir senden hier immer zur vollen Stunde. Und wir haben 50 Meter weiter das zweite Studio, das immer besaftet ist. Dort wird gerade 1 Extra gesendet. Aha, das erklärt das natürlich, dass wir jetzt hier so einfach stören dürfen. Wann ist die nächste Ausgabe? Um 17 Uhr? Um 17 Uhr, 19 Minuten, genau. Dafür gibt es aber hier große Gelassenheit, finde ich, dass man hier nur noch 20 Minuten vor der Sendung noch hier rein darf. Das ist ja alles designt worden. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, irgendwie 2007? Nein, das aktuelle Design ist seit 2005 on air und wir gehen davon aus, dass wir 2011 in der ersten Jahreshälfte ein frisch aufgemöbeltes und technisch komplett erneuertes Studio beziehen werden. Was soll man denn damit machen können? Außer hier an einem Tisch, der scheint wohl Standard zu sein in allen Fernsehstationen der Welt. Das muss sein und der ist meist auch sehr originell gestaltet wie dieser, der aktuelle jetzt. Was muss man da anders können als Nachrichten verlesen? Das Einzige, was so ein Studio können muss, ist vernünftig und verstehbar und seriös recherchiert Nachrichten vermitteln, Informationen vermitteln. Das ist das A und O. Dem ist alles andere untergeordnet. Aber natürlich muss man bei der technischen Ausstattung und Zukunft gucken, dass wir viel bildhafter werden. Dass es nicht mehr mit der kleinen Kachel hinter dem Sprecher getan sein wird, sondern dass wir ein Studio haben, das Möglichkeiten schafft, viel stärker auch mit Bildern zu arbeiten. Dass es Elemente aufnimmt, die Menschen heute gewohnt sind, wenn sie Informationen konsumieren und verarbeiten. Also Touchscreenflächen werden möglicherweise zum Standard gehören. Alles sind Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Und insofern müssen wir jetzt schon sehr intensiv uns damit beschäftigen, wie wir in zwei Jahren aussehen wollen. Blau wird wahrscheinlich bleiben als Markenfarbe der ARD bei Nachrichten. Was könnten Sie sich denn jetzt hier tatsächlich anders vorstellen? Nun muss man dazu sagen, im Fernseher sieht das alles immer noch ein bisschen schicker aus. Wir haben jetzt hier gerade einen Kontrollmonitor. Wir werden auch gerade irgendwie observiert. Aber hinter der Kulisse sieht es dann doch schon aus wie bei Hempels unterm Sofa, muss ich sagen. Also viele Gabe. Das meine ich jetzt nicht despektierlich. Ich meine das nur, dass das für einen Laien, da liegt ein Duden irgendwie so quer unter dem Tisch. Noch schlimmer wird es da. Noch schlimmer wird es hier bei den Kolleginnen. Auf diesem Platz, also da ist schon einiges geboten. Vielleicht kann die Kamera mal hinschwenken. Da gibt es ein bisschen Haarlack. Da gibt es auch diverse Stifte, eine Bürste. Und hier ist der berühmte Papierkorb, der mal geleert wurde, als so seine Daumener live on air war, von einer Reinigungskraft. Das ist aber normal. Das sieht so wahrscheinlich in allen Studios der Welt so aus. Ich glaube schon. Das Entscheidende ist, dass wir nach außen hin ein vernünftiges Bild abgeben. Die Technik dahinter müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht unbedingt sehen. Andererseits, ich schäme mich nicht dafür. Hier sieht man jedenfalls, dass gearbeitet wird. Genau. Und unterhalb der Tischfläche kann dann auch jeder anhaben, was er will? So ist es. Also hier haben auch schon Kolleginnen mit Flipflops gestanden. Marc Bartow hat schon mal in kurzer Hose die 20 Uhr gelesen. Das Problem besteht dann, wenn wir die Tagesthemen machen, dann ist dieser Platz auch von der totalen aus einzusehen. Dann müssen die Menschen auch schon komplett am ganzen Körper vernünftig bekleidet sein, weil sonst würde es etwas albern wirken. Und hier ist auch der Uli Wicker-Tocker. Anne Will hatte ja mal, also wurde zumindest kolportiert, die Sitzgelegenheit abgeschafft. Aber für Uli Wicker, der langjährige, verdienstvolle Mitarbeiter, durfte sich dann wenigstens mal kurz setzen. Naja, also das war ja keine Tagesthemenentscheidung, sondern unsere wichtigsten Sendungen sind ja zweifellos die 20 Uhr. Und da ging es auch um die Sprecherinnen und Sprecher. Das Problem besteht daran, dass wir keinen Hubboden haben und einfach die Menschen unterschiedlich groß sind. Und gerade Uli Wicker, aber eben heute auch Klaus-Erich Bötzke sind sehr große Menschen. Und wenn die an diesem Stehtisch stehen, guckt einfach zu viel Oberkörper raus. Deshalb gab es diese kleinen Stehhilfen, wo sie sich mit dem Gesäß ein ganz klein bisschen nach hinten anlehnen können und dadurch ein bisschen kleiner werden. Genauso wie wir für kleiner gewachsene Menschen auch durchaus ein Brett mal hier unterschieben, um einfach diese großen Unterschiede auszugleichen. Auch da wird man im neuen Studio einfach eine etwas modernere Technik finden, dass man so einen kleinen Hubboden hat, der das ausgleicht. Aber stehen bleibt sicherlich. Das haben irgendwelche Wissenschaftler herausgefunden. Man hat eine ganz andere Präsenz. Das ist ja beim Radio auch schon ziemlich lange so. Aber ich sehe hier, der Teleprompter ist immer noch aktiv. Oder was heißt, er ist da, obwohl die Tagesschau um 20 Uhr immer noch vom Blatt gelesen wird. Also von einem Papierblatt auf dem Tisch liegend. Wird das abgeschafft werden? Nein, das Blatt bleibt. Aber schon seit vielen Monaten läuft auch in der 20 Uhr der Prompter mit. Man merkt es daran, wenn wir sehr alltagssprachliche Formulierungen in der 20 Uhr haben. Das sind einfach Formulierungen, bei denen der Sprecher den Blickkontakt zu den Zuschauern sucht und auch halten sollte. Und es wäre allzu albern, wenn er das dann alles auswendig lernen sollte. Insofern ist die 20 Uhr eine Kombination aus dem Blatt Papier, das der Sprecher vor sich hat, und dem Teleprompter. Aber ich finde, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Ondes ziemlich gut beherrschen. Aber das ist ganz witzig. Guten Tag, meine Damen und Herren. Muss man dann doch schon auf den Prompter schreiben? Naja, entweder alles oder gar nichts. Das wäre albern, wenn einige Dinge wirklich immer auswärmlich formuliert werden müssten. Und andere stehen dann da. Das ist einfacher so. Aber das ist die Konstante seit über, korrigieren Sie mich, seit wann es die Tagesschau gibt, seit über 50 Jahren. Ja, seit 1952 gibt es die Tagesschau. Moderiert wurde sie dann, oder besser gesagt gelesen von einem Menschen im Ondes wurde sie dann etwas später. Aber wir gehen da von dem Jahr 1952 als Geburtsjahr der Tagesschau aus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren.